Oh, ein geilster Schiff. Diesmal. Na gut. Okay. Oh, wie mies. Nein, die Mitte. Ja, ja, ja. Cauchy schon. Und ich hab die Pottur von Leid, du hast einen Spann. Es war ein Spann, du hast den Spann. Und ich habe hier schon auch ein Spann. Das ist ein Spann. Okay. Nein! So. Das gibt's ja nicht. Jetzt sterb ich wahrscheinlich für den Scheißgeistern. Ich geh außen rum. Mönche Nummer 1. Ah, Skelettfische. Oh, hier sind jetzt alle so fies zu mir. Oh, oh, no! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Da folgen die mich so weit. Na, toll. Also einfach abhauen ist nicht. Alla, was das? Oh, ho, ho! Oh, okay. Oh, 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 oh! Oh, oh! Ach, nicht schon wieder. Das gibt's ja nicht. Verdammt! Ich hab ja so viel von deine. Aber der Geist ist kaputt gegangen darauf, das ist super. Ich frage mich jetzt bloß, gibt's noch weiterhin Sterne, die ich irgendwie holen kann? Oder war das jetzt der einzige? Ich frage mich jetzt. Ich frage mich. 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 Ja, irgendwie hoch. Gut. Ja. 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 Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Außer, da ist eine kleine Rettung drin. Oh. Wahrscheinlich ist es mein Sprung ins Verderben gleich, wenn ich in den Geist reingrache. Sehlich, keine Angst. Oh Gott. Ja. Eigentlich wollte ich schnell ins Ziel, aber... Ah, das sieht ja sehr nach Ziel aus. Gut. Und... Oh yeah, Mario time! Ja. 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 Ja.